Oh mein Gott. Ich bin der Sohn. Was? Sie hat ihn umgebracht. Muss ja. Rubbish bin Heck Info. One for the moms here. One for the moms here cracks with glass. Jetzt versuche ich gerade irgendwie so einen Zusammenhang zu dieser Heck Info zu machen. Ich bin ja der Sohn. CyberGhost Supplier. Macinas. Grace. Heck. Hm. Ich versuche gerade irgendwie einen Zusammenhang zu bekommen. Mit dem Ganzen. 16.06.15. Gut, das ist ja die richtige Zeit. Hm. So. Hat sie ihn umgebracht? Die überlege ich gerade sehr hart. Wurder. Äh. Wurder. Ich suche einfach mal nach Dad. Ich hab nämlich hier noch ein paar Videos. Ich möchte noch ein bisschen weiter erfahren. So, das macht es wirklich? Das Baby? Simon ist tot. Aber das Baby? Das ist wie er weiterleben wird. Unser Baby. Das Baby. Du bist hier. Und ich weiß nicht warum. Nein. Ich habe nie auf jemanden. Ich habe nie auf jemanden. Ich habe nie auf jemanden. Simon ist tot. Aber ich habe mein Baby zu gerne. Warum? Warum versuchen Sie mich so schade machen? Warum sind Sie so beschäftigt mit Sex und Auffahren? Du hast auf deine Worte verraten. Ist das dein Ding? Boah, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, ey. Leute, das ist gerade richtig heftig. Boah, ich weiß gar nicht, was los ist, Mann. Ich suche aber jetzt nochmal nach Baby. Jetzt wo ich weiß, dass... Ach du Scheiße. Wir konnten nicht auf unsere eigene Platz. Simon wurde aus der Schule gegangen. Er ging voll mit der Gläziers. Das war Eric's generosity. Wir verabschieden mit ihm und Vater. Sie hatten eine spare room für uns. Und das Baby. Das war ein schönes Veränderungen. Ein Zeitpunkt für mich selbst. Vivi dort für die Monate. Full of hope. Hmm, okay. Yes. Es war ein Schock zu ihm. Ich meine, wir haben nie gedacht, dass es möglich war. Ich weiß nicht, was er... Ich weiß nicht, was er... Ich habe nicht entschieden, ob er die Baby zu halten. Ich war nicht bereit, zu sprechen zu ihm über ihn. Boah. Ey, was? Ah, das geht mir richtig hier einer... Das geht gar nicht, du. Wisst ihr, nach wen ich noch gar nicht gesucht habe? Nach Peter und Susan. Aber die kommen auch nur einmal vor. Bar. Haben wir wieder noch ein Video. Also... Are you sure? What would he be doing in Oxford, if there was no conference? I remember calling him. He said it was boring. He spent most of the time at the bar. Okay, Oxford is also... We talked. Then I said goodbye. Then next week I was singing the bar again and... There he was. And again the next week... He offered to buy me a meal. I told them I had already eaten. And so we got chips and ate them on the beach instead. And we said goodbye. He asked me to kiss him. Romantic. Okay, such mal eben nach Oxford. Weil da muss ja auch irgendwas anscheinend passiert sein. There was a conference. Something to do with double blazing. In Oxford? Ich versuche gerade noch irgendwie Zusammenhänge zu finden bei dem Ganzen. Rom war ja nichts, ne? Nein. Smith. Ich suche nochmal nach Smith. Nach dem Nachnamen. Da haben wir auch nichts. Artist. Ist ja sein Beruf eigentlich. Glazier. Ist die Firma, wo der arbeitet, meine ich. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Na ja. Wir waren 17 Jahre alt. Wir waren beide am Glaciers. Okay. Ich weiß nicht. Jeder lief Simon. Er ist ein Glacier, der nicht viel Geld hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Glaciers suche ich mal. Okay, aber da findet man genauso viel. Ich glaube, ich werde einfach mal hier. So you think you understand why your mother what did what she did. Also sie hat ihn auf jeden Fall umgebracht. Ich schreibe einfach mal yes. Okay, god. Ich Stay'OC! Chicago! Ich bin gl 팬 für die Straße. Ich werde woanders 해야 zu werden. Zucaw 오 wundersch dolls. Dann runter in die Straße. Na ja. Mushtel? epidemic ovat 앞. komm Sie auf? Ich bin glädüler. Over the road. Sarah. Das ist doch... Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich bin verwirrt. Aber ich denke, es ist vorbei. Wir sind durch. Das Spiel hat zwar kein Ziel, aber ich glaube, sie hat psychische Probleme. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich werde das Ganze noch ein bisschen weiter erforschen. Ich wurde eingesperrt. Boah, das ist gerade so verwirrend. Evidians habe ich zwar schon mal gesucht, aber ich muss irgendwie noch mal einen Anschluss finden. Florence, da hatte ich ja auch einige Sachen. Girl. Soll ich mal. Ja, wenn ich in der Schule war. Ich arbeite part-time in der Front Shop. Es war ein bisschen eine Ständige Familie. Mein Vater war da. Meine Mutter war da bevor ich geboren habe. Ich habe das Paketwerk, filing, typing out Invoices, das kind of thing. Es war ein guter Job für eine Frau. Ich war nicht ein Teil oder was. Ich war sehr schade, also würde ich nicht haben. Es ist ein bisschen wie ein Faerie-Kastel. Wir haben dort gespielt und wir haben ihre eigene Geschichte gemacht. Cool, kann man hier sogar alles verschieben? Wusste ich gar nicht. Hier ist der Befall der Freedom of Information. Hack-Info. Cracks with Glass. Crack. Glass. Sess. Guck mal, ach guck mal, da ist was hehehe cool. His body. Didn't look real. His throat. Didn't look like his throat had been cut. Was hab ich gar nicht, oh. Stimmt, das hatten wir auch, das hab ich jetzt gar nicht verstanden noch. Also sie hat ihn ja getötet. Mit dem... Glas. On his throat. How? Stimmt. Wie gesagt, es war drei. Something like that. I walked in. Saw Simon. Was on the floor of the living room. His throat had been cut. His throat had been cut. There was a lot of blood. Yeah. He was dead. Cut. Oh, diese Musik, die wird gerade richtig gruselig, ey. Huh. Mother wanted me to grow my hair long, but I kept cutting it myself. I wanted to look like my reflection. She always had short hair when she was little. Mother would hide the scissors, but I would find a way. Cut it with a bread knife, something like that. My reflection would always leave her house and go on adventures, but I never could. Mother taught me at home, and I had books and TV. TV was magical. But it was only on the way it wanted to be, so... I spent a lot of time reading books. We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real. Bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour. Shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read a lot of captions and flip between pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper. And dressing the pictures. Rapunzel's hair was cut. The eagle plucks out his heart. Okay, that's nothing important. I'll search for blood. Oh, there we have a lot. Okay? What? I've given blood before. Do you need to take that for your records? Uh... No. Nothing like this has ever happened to me before. The blood. It's... It's probably the worst thing that's ever happened to me. Mm-hmm. Okay. What?